Hallo ihr Lieben, zur Europawahl mache ich fast schon traditionell ein Video zu Nichtwählern, ist mir gerade aufgefallen. Es ist keine Absicht, kein Plan dahinter, sondern eher ausgelöst durch zufällige Dinge, die dann halt sehr präsent sind medial. Also jetzt gerade im Radio gehört, Demonstrationen, die aufrufen zur Europawahl, zu einer hohen Wahlbeteiligung. Das lässt mich schmunzeln aus folgendem Grund, weil ich mir dann denke, wenn man mal Nichtwähler fragen würde systematisch, also man fragt die Leute, gehen sie zur Wahl, gehen sie nicht zur Wahl und dann aussieht sich jemand, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und dann würde man sie fragen im zweiten Schritt, wenn sie ihre Stimme abgeben müssten, also einfach sie, ja klar, sie gehen nicht zur Wahl, aber wenn sie ihre Stimme, wem würden sie denn ihre Stimme geben? Also ich weiß, es gibt auch da ein Problem, nämlich was Leute antworten und was sie wirklich tun, sind zwei paar Dinge, gerade wenn sie denken, dass das, was sie wählen, sozial eher nicht erwünscht ist, genau dann neigen wir ja Menschen eher zum Lügen oder zum Schwindeln. Und es gibt ja das Wahlgeheimnis und so, also, aber wir schieben mal kurz dieses Thema beiseite, dass das, was Leute sagen, dass sie wählen und das, was sie wirklich wählen, nicht immer identisch ist. Und man würde also wirklich mal systematisch erheben, welche Parteien wahrscheinlich profitieren würden, wenn alle zur Wahl gehen würden, also auch alle Nichtwähler. Wer würde gewinnen? Und was wir sicher wissen ist, es wäre wahrscheinlich nicht gleich. Also sozusagen die Verteilung der Wahlpräferenzen und wenn sie wählen müssen zwischen Nichtwählern und denen, die bereits irgendwie entschieden sind, ist sehr wahrscheinlich unterschiedlich. Das heißt, Parteien würden unterschiedlich von einer hohen Wahlbeteiligung profitieren. Und jetzt, meine Frage ist, wenn die Leute, die jetzt aufrufen, alle sollen wählen gehen oder möglichst viel sollen wählen gehen, wüssten, was das der Effekt wäre, also was rauskäme, ob sie das dann immer noch sagen würden. Das ist einfach so als Frage da. Ich weiß nicht, ob es so ist. Vielleicht ist es so. Vielleicht sind die Leute eingefleischte, ja, Wahllisten, nennen wir sie jetzt mal. Also sozusagen, die das Wählen aus Prinzip super finden, unabhängig vom Outcome, unabhängig vom Ergebnis. Wahlen ist einfach gut. Egal, wer gewinnt, ist es gut. Oder ob sie, wenn sie wüssten, wer da mehr profitiert oder vielleicht auch deutlich profitiert als andere, wenn halt alle Nichtwähler wählen gehen würden, ob dann vielleicht ihr Aufruf nicht ganz so laut wäre oder sogar sie sagen würden, oh verdammt, vielleicht ist es sogar gut, wenn die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist. Das ist so eine Frage, die ich habe. So, und könnte man ja machen. Wird, glaube ich, nicht gemacht. Also mir ist noch nicht aufgefallen, dass man mal systematisch alle Nichtwähler gefragt hätte. So, kann man ja ganz freundlich fragen. Alles gut, sie dürfen gerne nicht wählen, wenn sie nicht wollen. Aber wenn sie wählen würden, wen würden sie denn wählen? Ja, einfach so, okay, Nichtwahl ist ihre erste Präferenz und ihre zweite Präferenz. Wenn sie wählen gehen müssten, wen würden sie wählen? So, und das kann man ja fragen, kann man ja erheben und das fände ich zum Beispiel sehr spannend. Aber gut, wird nicht gemacht. Jetzt habe ich noch ein zweites Thema, kommt auch aus dem Radio. Das ist wahrscheinlich nur was für hier Süddeutschland, weil im Radio schaltet eben auch die SZ zur Europawahl, dass sie da so tolle Features hat und so Werbung. Und da kommt dann der Slogan vor, denn Demokratie wird täglich neu gelebt. Und dann denke ich mir, ja, schön wäre es. Das wäre echt cool, wenn es so wäre. Und dann weiß ich nicht, was das genau ist, was die SZ da macht mit diesem Slogan. Also, denn Demokratie wird täglich neu gelebt. Ob sie dann so einer Deformation professionell, so einer Berufskrankheit erlegen ist. Denn natürlich für Journalisten, gerade für Politikjournalisten ist es so, für sie ist Politik täglich für die allermeisten anderen Menschen halt nicht. Für die allermeisten anderen Menschen ist Politik halt oft ein Ärgernis, den man ausgesetzt ist. Aber dass man jetzt also das wirklich selber täglich neu leben würde, ist nicht das Erleben der allermeisten Menschen. Man geht halt alle vier, alle fünf Jahre zur Wahl. Oder wenn man halt alle Wählen zusammenzieht, so alle ein, zwei Jahre geht man zur Wahl. Weil man ist Kommunalwahl, man ist Regionalwahl, also Länderwahl, man ist Bundestagswahl, man ist Europawahl. Es sind ja schon nicht ganz so wenig Wahlen, ja. Und dann wird das halt gelebt, wenn man das als gelebt bezeichnen werden will. Aber das ist halt ein sehr merkwürdiger Slogan, wenn man sich die Verfassung, mit der wir unterwegs sind, mal anschaut. Also, ich würde ja wirklich gerne eine Gesellschaft wollen, in der Demokratie täglich neu gelebt wird, indem wir halt losen und ganz viele geloste Gremien haben und halt wirklich wir alle aktiv Politik machen. Dann könnte man sagen, denn Demokratie wird täglich neu gelebt. Aber in dem System, mit dem wir derzeit unterwegs sind, den Slogan zu benutzen, denn Demokratie wird täglich neu gelebt, da können die meisten Menschen dann sagen, ja können voll lachen. Hey, ich habe auch nur einen Alltag, ich habe Kinder, ich habe Eltern, ich habe Freunde, Verwandte, ich muss auch irgendwo noch regenerieren. Ich habe vielleicht zwei oder drei Jobs und so. Und wie lebe ich jetzt täglich neue Demokratie? Erklärt mir das nochmal. Das müsste echt die Antwort der meisten Menschen sein. Also, die meisten Menschen haben heute einen Alltag, der so aussieht, dass man gar nicht irgendwie Demokratie täglich neu leben kann. Wie denn? Und dann ist das auch noch höchst ungleich verteilt. Also, die Fähigkeit, rein von den zeitlichen Ressourcen, Politik machen zu können, ist nicht gleich verteilt zwischen den Bürgern. Und was ist jetzt daran nochmal demokratisch, wenn das ungleich verteilt ist? Was ist das für ein Demokratiebegriff, den die SZ da hat? Liebe SZ? Also, das ist immer die gleiche Kritik von mir. Wenn politisches Engagement aus privater Eigeninitiative erfolgt, dann ist es gar kein politisches Engagement, dann ist es privates Engagement. Politisches Engagement wäre es, wenn wir durch das Losverfahren alle im gleichen Ausmaß engagiert werden. Also, engagiert werden ist politisch, sich engagieren ist privat. Das will aber die moderne Gesellschaft einfach partout nicht verstehen. Sie besteht darauf, dass man sich politisch engagieren kann. Ja, okay. Dann kommt das raus, was wir haben. Einige Gruppen in der Gesellschaft engagieren sich komischerweise sehr viel mehr als andere. Und das kann man sehen. Ich meine, die SZ hat selber mal ein tolles Feature dazu gemacht. Das war nicht zu diesem Bundestag, sondern zum letzten. Das ist überschrieben, diese Abgeordneten fehlen. Das geht um die ungleiche Repräsentation. Und die schwankt immer ganz leicht vom Bundestag zu Bundestag, aber sie schwankt nicht groß. Und manche Gruppen sind partout, notorisch, in jedem Bundestag krass unterrepräsentiert und andere sind krass überrepräsentiert. Ich nenne mal zwei Gruppen, die krass unterrepräsentiert sind und eine, die immer krass überrepräsentiert ist, zum Beispiel im jetzigen Bundestag noch mehr als im letzten, krass überrepräsentiert sind immer Akademiker. Und zwar super krass. Also, wenn man sich anschaut, wie viele Akademiker, also Menschen mit Studienabschluss sind in der Bevölkerung und wie viele sitzen im Bundestag, dann kann man nur sagen, was soll das? Ja, das soll Demokratie sein, euer Ernst? Wirklich? Okay. Und wer krass unterrepräsentiert sind, sind zum Beispiel Frauen immer, das schwankt ein bisschen, aber sie sind immer unterrepräsentiert und immer deutlich unterrepräsentiert. Da könnte man auch fragen, ja, woran liegt das denn? Ja, liegt es vielleicht daran, wer sich privat engagiert, engagiert sich politisch, das soll politisches Engagement sein aus privater Eigeninitiative? Ja, komischerweise. Ja, wollen wir nochmal übers Care-Gap reden? Ja, also wer macht die ganze Care-Arbeit in unserer Gesellschaft? Zu welchem Anteil? Ja, kümmert sich um Menschen? Ich meine, irgendwer muss diese Arbeit machen. Wie ist denn da die Verteilung Männer-Frauen? Und wie sieht das in der Politik aus? Ah, interessant. Besteht ein Zusammenhang vielleicht? Hm. So. Und wer noch krasser unterrepräsentiert ist als Frauen, und das stabil, ist die Unterschicht. Und das kann man, das ist nicht ganz das Gleiche, also man könnte natürlich auch Vermögen erheben, dann wäre es noch wahrscheinlich deutlicher, aber man kann es an den Schulabschlüssen sehen. Ja. Und Menschen ohne Schulabschluss und Menschen mit Mittelschul- oder früher Hauptschulabschluss sind die am krassesten unterrepräsentierte Gruppe im Bundestag. Die werden aussortiert. Und dann werden wahrscheinlich denken, ja, das ist ja gut, das sind ja dumme Menschen. Das ist nicht mein Menschenbild. Und dann würde ich auch fragen, wenn das dein Menschenbild ist, bist du sicher, dass du ein Demokrat bist? Denn ich glaube, ein Demokrat würde das nicht denken. Ja, ein Demokrat würde sagen, ich will, dass alle Menschen gleich stark in der Politik vertreten sind. Das wäre das demokratische Statement. Aber wir sind ganz, ganz fröhlich unterwegs mit Prozessen, die sicherstellen, dass die Unterschicht ganz sicher nicht aktiv in der Politik ankommt. Und da kann man sagen, das System ist mit Absicht so gebaut. Und wenn man sich anschaut nochmal, wie die Leute gedacht haben, die sich dieses System, mit dem wir unterwegs sind, sozusagen, die sich das ausgedacht haben, mit das System, mit dem wir unterwegs sind, dann kann man sagen, wir haben gedacht, dass es gut ist, dass diese Leute nicht dabei sein sollen. Also man kann sagen, nicht unsere heutige Absicht, aber die der Gründer dieser Verfassungen, unserer Founding Fathers, war es, bestimmte Menschen aus dem politischen Prozess auszusortieren. Und da ist meine Frage, wie demokratisch ist denn dieses Mindset dieser Menschen gewesen, die jetzt schon 100, 200 Jahre tot sind, die sich das mal ausgedacht haben, dass man so Politik machen sollte. Also, ja, ihr könnt alle gern wählen gehen, aber vielleicht sollte euch mal bewusst sein, was so die realen Effekte sind des Wählens. Das wird wenig gefragt. Das wird sehr so prinzipiell gedacht, aber an die realen Effekte wird nicht gedacht. Also wie performativ ausschließend dieses System ist, wie ungleichheits, politische Ungleichheitserzeugend dieses System ist. So, und ja, und selbst wenn man jetzt ein großer Fan von Wahlen ist, könnte man sich mal fragen, ja, bei wen wählen denn die lieben Nichtwähler, wenn sie wählen müssten? Wenn wir zum Beispiel eine Wahlpflicht hätten. Ich finde ja, Wahlpflicht ist so wichtig, dass der allerletzte Schrei, der allerletzte dumme Gedanke, den man haben kann. Auch dazu gibt es einen sehr polemischen Artikel von mir, von vor Jahren, ja. Warum Wahlpflicht Wahnsinn ist, während Beteiligungspflicht das genau wäre, was wir brauchen. Ja. In der Form geloste Bürgerversammlungen. Und da muss jeder hin. Wie beim Jury-System oder so. Wenn du ausgelost bist, dann so. Ich weiß nicht, ob es noch stimmt, aber auch hier nochmal zur Vollständigkeit habe erwähnt, nicht nur beim Thema Schöffen, sondern auch beim Thema Wahlhelfer ist das eigentlich vorgesehen. Wenn sich nicht genügend Wahlhelfer finden, dann sieht unser Grundgesetz vor, dass Leute per Zufall dazu bestimmt werden können, Wahlhelfer zu sein. Also auch unsere, es kommt nie dazu, aber auch unsere Verfassung sieht sowas vor wie Beteiligungspflichten, um das System zu erhalten. Also sozusagen grundsätzlich haben wir nichts dagegen offenbar, dass es sowas gibt wie Beteiligungspflichten, dass man mitmachen muss. Weil sonst eben Ungleichheit entsteht. Und Ungleichheit ist halt nicht demokratisch. Politische Ungleichheit ist das Gegenteil von Demokratie. Aber wir sind mit einem System unterwegs, das garantiert, dass politische Ungleichheit entsteht, aber wir glauben, gute Demokraten zu sein. Und da muss man irgendwann sagen, wie schizophren kann man systemisch sein? Das ist eine Schizophrenie. Das ist so. So reden, aber so machen. Und keinen Zusammenhang sehen. Ja, okay. Könnt ihr gerne tun, aber ihr stürzt halt ein System, das politische Ungleichheit herstellt. Und dann kann man euch schon fragen, wie demokratisch seid ihr eigentlich? Ja, oder es gibt ja keinen Aufschrei dagegen. Es gibt immer wieder diese Erhebungen, wie ungleich die Repräsentation in der Politik ist. Stört aber irgendwie niemanden so richtig. Komisch, ne? Ja, weil die Leute, die es stören könnte, die sind ja alle da. Ja, die, die in der Politik, die, die das politische System reformieren könnten, sind in der Politik. Okay. Und die stört gar nicht, dass die anderen gar keine Politik machen. Ist ja komisch. Ja, okay. Dass das vielleicht aber der Grund ist, warum wir so große gesellschaftliche Probleme haben. Dass ganz viele gar nicht in der Politik sind. Und dass eben Demokratie nicht täglich gelebt wird. Sondern nur von ein paar wenigen täglich gelebt wird. Von den allermeisten wird sie überhaupt nicht gelebt. Beziehungsweise einmal alle paar Jahre gelebt. Und wenn man das überhaupt als Demokratie leben gelten lassen will. Ich bin ja nicht so geneigt, das zu tun. Aber gut, selbst wenn man jetzt großzügig ist und sagt, wählen gehen ist Demokratie leben. Da muss ich jetzt echt über was drüber. Aber okay, selbst wenn man es zulässt, dann ist das ja nicht, wir leben täglich Demokratie. Sondern, ja, wir haben halt alle einen Alltag. Und der Alltag sieht so aus, dass die allermeisten von uns nicht täglich Politik machen können. Also, viele scheinen über die Slogans, die sie sich da so einfallen lassen, nicht sonderlich lange nachgedacht zu haben. Ist so mein Eindruck. Aber gut, aber gut, es ist Marketing. Man darf nichts gegen Marketing sagen, weil Marketing ist Marketing. Ich lasse es jetzt schon gut sein. Viel Spaß bei der Wahl. Und Cetrum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.